Hand aufs Herz. Greifen Sie zum Handy während der Fahrt, wenn es klingelt? Dieser Reflex kann Sie teuer zu stehen kommen. Greifen Sie deshalb lieber zum Bluetooth-Headset Greystar. Der Winzling lässt sich durch eine einzige Taste steuern. So haben Sie Ihre Anrufe, aber auch die MP3-Musik von Ihrem Handy jederzeit im Griff. Denn mit dem Greystar genießen Sie auch Musik in Top-Stereo-Qualität, indem Sie den zweiten Ohrhörer anstöpseln. Bei Anrufen unterbricht die MP3-Wiedergabe automatisch. Mit ultraschlanken Maßen und federleichtem Gewicht lässt sich das Headset sehr angenehm tragen. Dazu überzeugt es mit brillanter Sprachqualität. Natürlich können Sie das Headset auch mit Notebooks oder PDAs nutzen. Einzige Voraussetzung, wie Ihr Handy müssen die Geräte Bluetooth-fähig sein. Ersparen Sie sich den Ärger mit der Verkehrspolizei. Mit dem Bluetooth-Headset Greystar telefonieren Sie während der Fahrt viel komfortabler und vor allem viel sicherer als mit Ihrem Handy. Besser geht's nicht.